Morgen! Was darf's sein? Ich hätt gern 250 Gramm Limonabillen. Ja, die Wurst nicht mein Lebenssinn. Guten Tag, ihr von der Salami 100 Gramm. Lassen Sie mich abschließend noch ein paar Sätze zu dem ersten Fall von Affenbocken hier in Deutschland sagen. Was sollen wir jetzt bitte machen? Leute, bleibt cool. Ich hab schon jede lächerliche durchs Fernsehen ausgelöste Panik erlebt, die es gibt. Gelbfieber, SARS, Ebola, Affenbocken, Hasenpest, Nasenpest, Rasenpest, Rinderwahn, Kloschlangen, Hühnergrippe, Schweinegrippe und äh... Genau genommen jede Art von Grippe, die man sich zuziehen kann, wenn man mit dem Tier, nachdem sie benannt wurde, Unzucht treibt. Und wir werden die Bevölkerung zeitnah informieren. Ich bin der Wurstfach, ja der Wurstfach, ja der Wurstfachverkäuferin.